Frau Bundeskanzlerin, vor der ersten Frage, und ich glaube, ich spreche hier im Namen aller, eins, zwei, drei, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Bundeskanzlerin, happy birthday to you. Sie waren doch nicht so stimmgewaltig, wie ich dachte, alles Liebe und Gute für Sie. Ja, hätte ich mitsingen müssen, wenn wäre es besser geworden. Aber danke. Danke. Und es war der erste Gesang zu meinem heutigen Geburtstag. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel feiert heute ihren 60. Für den Abend hat sie hunderte Gäste ins Konrad-Adenauer-Haus in Berlin eingeladen. Sie wünscht sich, dass sie gesund bleibt.